Heute zeige ich euch, wie man mit Angular richtige Listen baut. Los geht's! Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Heute gucken wir uns mal wieder was mit Angular an, beziehungsweise dort mit der Angular Material CDK. Das Ganze ist ein Package für Angular von Google. Das ist sehr praktisch, sollte man immer nutzen quasi für alles. Und warum man virtuelle Scrolllisten unbedingt verwenden sollte, selbst für kleine Listen, zeige ich euch in diesem Video. Weil das Ganze wird die Performance eures Angular-Projektes und vor allem die Flexibilität eures Interfaces deutlich steigern. Und ja, dafür leben wir jetzt eigentlich keine weitere Zeit. Wenn ihr Fragen habt zu diesem Thema, also zu Angular, zu Web im Allgemeinen, dann schaut doch mal ganz oben in den Videokommentaren bei Discord vorbei. Dort könnt ihr der Community join, Hallo sagen, Fragen stellen, Fragen beantworten und euch einfach mit Gleichgesinnten austauschen. Ansonsten ja, legen wir jetzt direkt los. Viel Spaß und auf geht's! So und los geht's mit unserem heutigen YouTube-Video. Ihr seht hier eine Liste, also ich habe mit Angular schon ein bisschen was vorbereitet. Wir haben hier eine Liste, insgesamt sind in dieser Liste, wenn wir ganz nach unten scrollen, 30.000 Elemente. Es ist nicht wirklich umfangreich, aber es ist schon eine ganz lange Liste. Hier in der Seite habe ich den Performance-Tab in Chrome Developer Tools auf. Und das ist eine ganz normale Liste, die ich einfach mit ng4 generiert habe. Wenn ich jetzt hier auf Record drücke und einfach mal ein bisschen runterscrolle beispielsweise und hier ein bisschen hochscrolle und mal so lange ein bisschen rumscrolle, bis hier die 10 Sekunden voll sind. So, jetzt haben wir hier die 10 Sekunden voll. Jetzt drücke ich immer auf Stop. Und in dem Moment analysiert Chrome quasi einfach unser Fenster. Und das hier oben ist erstmal gar nicht so interessant, sondern das, was uns interessiert, ist dieser Tab hier. Und hier sehen wir Rendering. Rendering sehen wir hier von unseren gesamten Sekunden, die wir haben, sind hier 3351 Millisekunden Rendering und 1307 Sekunden Painting. Diese beiden zusammen sind quasi der Browser-Aufwand, der gebraucht wird, um eure Seite darzustellen. Also wenn ich mich hier bewege, muss der Browser quasi im Hintergrund hier diese 30.000 Zeilen, die jeweils aus quasi zwei Columns bestehen, animieren bzw. bewegen und rendern. Und das ist ein Problem. Das kostet nämlich Zeit. Ihr seht ja hier, die Animation ist soweit noch ganz flüssig, selbst bei 30.000 Elementen. Und das ändert sich natürlich, wenn hier deutlich mehr Elemente auftauchen, wenn hier deutlich mehr Elemente gezeichnet werden, wenn ihr nicht nur, in Klammern, eine kleine Liste habt, sondern diese Liste in einer Webseite, wo sowieso schon hunderte oder tausende von HTML-Elementen sind, die vielleicht auch interaktiv irgendwie mit animiert werden. Und spätestens, wenn ihr hier so etwas habt, wie ihr klickt hier drauf und etwas wird animiert, etwas öffnet sich, dann fängt das an, hier quasi problematisch zu werden. Aber was ist, wenn ich euch sage, dass wir ohne großen Aufwand diese Zahl deutlich reduzieren können? Und ich werde diese Seite jetzt mal kurz öffnen in einer neuen Version. So, ihr seht, die Seite hat sich etwas verändert. Nämlich, wir haben jetzt hier an der Seite einmal noch so kleine Farbunterschiede zwischen jeder Zeile, weil das ist auch ein Feature, was wir mit der neuen Möglichkeit quasi uns angucken können. Aber das viel Entscheidendere ist, wenn ich hier jetzt auf Racket klicke und beginne hier ein bisschen runter zu scrollen, das sind immer noch die 30.000 Elemente, was heißt, wenn ich hier ganz nach unten scrolle, sind es immer noch die 30.000 Elemente und jetzt haben wir hier ein bisschen rumgescrollt und jetzt drücke ich hier auf Stopp und mal sehen, wie viel das jetzt ausmacht. Wir hatten gerade knapp dreieinhalb Sekunden und ihr seht jetzt die Renderingzeit, obwohl wir hier immer noch eine Liste haben. Mit 30.000 Elementen sehen wir, die Rendering- und die Paintingzeit ist um ein Vielfaches kleiner geworden. Ganz genau, wie viel das kleiner geworden ist, weiß ich gar nicht, aber ihr seht, der Unterschied von dreieinhalb Sekunden zu 181 Millisekunden ist enorm. Und der Aufwand für so einen Performance-Boost ist minimal. Also es ist wirklich kaum merklich, mehr Aufwand oder irgendwie anders zu arbeiten. Es ist derselbe CSS-Code mehr oder weniger, bis auf das wir hier jetzt noch so halt dieses Odd-Styling haben. Aber naja, das werden wir uns jetzt erstmal angucken. So, und das geht es mit unserem eigentlichen YouTube-Tutorial. Ihr seht hier eine ziemlich leere Angular-Instanz, was heißt, wir haben hier eine App-Module, wir haben hier eine App-Component, eine App-Component SAS und eine App-Component HTML. Die sind alle, wie gesagt, relativ leer. Hier ist nicht wirklich was passiert. Ich sehe, dass hier eigentlich nichts wirklich ist. Ich sehe hier in der SAS-Datei, dass nicht wirklich was ist und in der App-Component auch nicht. Das sehen wir auch hier an der Seite, wo im Prinzip wir einfach nur eine leere Seite haben. Wir brauchen jetzt als erstes mal Daten, um überhaupt was darzustellen. Dafür importiere ich mir in unsere App-Component ein Modul, das nennt sich Faker. Faker erzeugt uns einfach Fake-Daten, was der Name auch sagt. Und das Ganze ist gar nicht so schwer, wie wir denken. Und zwar brauchen wir als erstes, um möglichst realistisch zu sein, einen Datensatz. In unserem Fall nennen wir den Fake-Data. Sehr kreativ von mir. Und bei Fake-Data handelt es sich um einen sogenannten Observable. Allerdings nicht vom Typ Any, sondern in unserem Fall von einem Typ namens Person. Und das ist ein Array. Das heißt, ein Array von Objekten des Types Person. Person existiert noch nicht. Das müssen wir uns jetzt erst mal definieren. Was heißt, wir sagen hier unten, Interface Person besteht aus einem Namen. Der Name ist vom Type String. Observable erkennt unser Editor gerade noch nicht. Muss ich einmal importieren. Und in dem Moment haben wir hier Fake-Data. Fake-Data erzeugt aber, wie ihr hier seht, noch ein Fehler, weil wir hier natürlich unvaliden Code haben. Und zwar brauchen wir eine Funktion, um das im Prinzip uns einmal kurz zu generieren, beziehungsweise uns Fake-Data zu generieren. Deswegen sagen wir hier Private, dann unterstrich Generate Person Data, sagen hier, wir erwarten ein Count vom Typ Number. Und diese Funktion return uns etwas, und zwar ein Observable von einem Person Array. Das Ganze mache ich jetzt einmal mit Return. Sage hier Off, damit wir ein Observable returnen. Off muss ich einmal importieren. Natürlich haben wir jetzt noch kein Array hier drin definiert. Das mache ich jetzt einmal und sage Array. Dieser Array ist quasi vom Typ Person und ist hier, wird einfach leer definiert. Das heißt, diese Funktion ist leer und returned hier einfach nur als Element. Und in dem Moment können wir das Ganze hier oben mit Sys, diese Funktion aufrufen und sagen, wir wollen hier 30.000 Elemente erzeugen. Wenn wir das Ganze jetzt abspeichern, passiert aber noch nicht wirklich was, weil hier unsere Generate Person Data Funktion ja noch nicht wirklich was tut. Und zwar haben wir hier ja Count. Und dafür sagen wir jetzt einfach vor, let i gleich 0, i kleiner Count und i++. Was heißt, wir gehen einfach für jedes einzelne Element, was in Count drinsteckt, in unserem Fall 30.000, gehen wir hier durch und wollen jetzt Array mit neuen Fake Data versorgen. Was heißt, wir sagen Array push und hier name faker.person.findname. So, in dem Moment, warum hat er das nicht? Ich muss hier name sagen. Das heißt, faker.name, find name, das returnt uns einfach einen zufälligen Namen, push den gegen den Array, generate Person Data, gibt das zurück. Das Ganze können wir jetzt mal so abspeichern, kopieren uns hier Fake Data, sagen, wir wollen das jetzt hier gerne einmal binden. Da es ein Observable ist, müssen wir das mit Async machen. In dem Moment speichere ich das einmal ab. Wir sehen hier jetzt einen nicht so schön zu lesenden Output und rendere mir das jetzt einmal als JSON. Und in dem Moment müssten wir hier jetzt quasi gleich eine ganz schön lange Liste von Namen bekommen. Funktioniert schon mal wunderbar. Das sollten wir uns jetzt irgendwie noch besser anzeigen lassen. So, und wie kann man sich das Ganze besser anzeigen lassen? Wir erzeugen uns hier drin jetzt erstmal einen neuen Div-Container. Diesen Div-Container nennen wir List. Und in List haben wir einen weiteren Div-Container mit der Klasse Row. Und in Row haben wir einen weiteren Div-Container mit der Klasse Column. Und diesen Div-Container kopieren wir uns einmal. Und das müssen wir jetzt irgendwie nutzen, um quasi dafür zu sorgen, unsere Liste hier deutlich schöner anzuzeigen. Das machen wir erstmal auf die ganz natürliche Weise, damit man versteht, okay, wie das generell funktioniert, wie ihr das wahrscheinlich bei euch auch gemacht habt. Wir sagen ng4 let person off und dann in dem Moment sagen wir hier fake data async. Und in dem Moment können wir sagen person und haben jetzt hier zum Beispiel person.name. Und wir können jetzt, weil wir das ja kennen, sagen wir hier let index gleich index. Und jetzt können wir hier auch noch quasi den Index returnen und können jetzt hier so eine Nummer ausgeben. Wenn ich das Ganze jetzt speichere, läuft das hier gleich durch. Und wir sollten jetzt hier eine Liste sehen von allen Namen und dem jeweiligen Index. Das können wir jetzt natürlich noch ein bisschen schöner gestalten. Das mache ich jetzt auch direkt und sage als erstes, okay, wir definieren uns hier einmal Box Sizing, damit Margin und Padding korrekt gesetzt werden. Wir definieren uns dann unsere Kernkomponente mit dem Host Ad, also mit dem Host Selector. Sagen also 100% Weite, Mindesthöhe, 100% Display Flex und so weiter. Dann können wir die unserer Liste definieren, also unseren größten, ja, die gesamte Liste. Sagen wir auch 100%, sagen wir sind Padding von allen Seiten und sagen, dass es als column gestaltet werden soll. Dann generieren wir hier unsere Row innerhalb unserer Liste, sagen 100%, sagen das ist auch eine Row. Das machen wir mit Flex Direction, sorgen dafür, dass alles gezentert wird innerhalb der Vertikalen und in der Horizontalen soll links und rechts das quasi auseinanderrutschen. Wenn ich das Ganze jetzt abspeichere, sollten die schon mal alle nebeneinander stehen. Hat schon mal wunderbar geklappt. Das machen wir jetzt noch ein bisschen schöner, indem wir die Border ein bisschen stylen. Das heißt, wir sagen, dass es eine Border gibt, außer unten, da machen wir sie weg. Und einen kleinen Border Radius, das speichere ich jetzt ab. Und damit wir das Ganze später auch mit diesem Hover-Effekt ein bisschen netter animieren, füge ich mir hier noch Transition All 150 Millisekunden ein. Das nächste, was wir brauchen, ist natürlich, wir müssen unsere Zeilen stylen und unsere Zeilen bekommen erst mal auch ein bisschen Flex Styling. Was heißt, wir sagen unsere einzelnen Spalten, nicht Zeilen, unsere Spalten kriegen auch Display Flex. Wir sagen Flex Start, dass das auch hier links startet. Wir sagen, dass es eine Row ist und da drin auch Space Between sein soll. Dadurch sollte das jetzt ein Stück rüber rutschen in dem Moment. Und wir haben hier ein bisschen mehr noch reingesteckt. Das nächste, was wir machen, ist, wir gestalten hier die Schriftfarbe, fügen das hier einfach mal ein und sagen hier auch, damit später unsere Animation besser aussieht, Transition All 150 Millisekunden. In dem Moment sieht es jetzt schon ähnlicher aus zu dem, was wir zu Beginn hatten, allerdings noch nicht komplett. Und zwar fehlt uns hier noch ein einziges Attribut, und zwar Padding 20 Pixel, damit hier ein bisschen Abstand innerhalb unserer Spalten herrscht. Und so sieht das Ganze schon mal ganz ansehnlich aus. Prinzipiell könnten wir das jetzt so lassen, um ein bisschen Eye Candy zu erzeugen, füge ich jetzt hier aber mit dem sogenannten Unselector, also mit dem Unzeichen hier und Hover quasi aus, dass wir jetzt einen Hover-Effekt haben. Den üben wir hier auf unsere einzelnen Spalten aus und sagen, wir rutschen das rüber, verändern die Schriftfarbe und machen unseren Cursor zu einem Pointer. Wenn ich das ganze Speicher und hier mit der Maus jetzt drüber gehe, beziehungsweise wenn es geladen hat und ich jetzt hier drüber gehe, sehen wir, wir haben hier einen Effekt, der funktioniert okay. Ihr seht, er ist ein bisschen off. Und das hat schon damit zu tun, dass wir hier halt 30.000 Elemente drin haben. Wenn ich hier jetzt quasi bis unten scrolle, seht ihr, wir haben hier 29.999 Elemente. Das ist jetzt quasi die Liste, wie sie auf die alte Variante gemacht wurde. Wir sind aber cleverer. Wir wollen das Ganze jetzt auf die coole Variante machen. Aber wie zum Teufel kriegen wir das mit der coolen Variante hin? Das zeige ich euch jetzt. So, und zwar brauchen wir, wie anfangs angekündigt, dafür Angular Material. Der Link ist dazu in der Videobeschreibung. Ansonsten ist das material.angular.io. Hier gehen wir auf Get Started und ihr müsst hier einfach nur diesen Befehl einmal kopieren. Wir gehen jetzt zurück in unseren Editor, kopieren das in unsere Kommandozeile, drücken einmal auf Enter. In dem Moment sollte das jetzt einmal durchlaufen. Wir drücken jetzt Indigo Pink, sagen, okay, wir wollen hier gerne Global Typ Graphiestyles. Wir wollen hier auch Animationen hinzufügen. Das läuft jetzt einmal durch und dann sollte das komplett installiert sein. Wenn ihr Material bei euch im Projekt schon eingesetzt habt, könnt ihr diesen Schritt natürlich überspringen. Dann müsst ihr das nicht tun. So, der nächste Punkt ist, wir gehen hier oben auf CDK und hier gehen wir, oder scrollen wir jetzt runter, auf Scrolling. Hier gehen wir auf die API und kopieren uns diese Zeile. In unserem Angular-Projekt öffnen wir jetzt einfach nur die App-Module. Das kann ich jetzt wieder zumachen, weil mehr müssen wir gar nicht tun. Ihr seht ja auch schon, wurde Browser Animation Module und Browser Module hinzugefügt. Das sind auch beides, kommen aus dem Material Package. Und hier sagen wir jetzt, Scrolling Module wollen wir gerne einfach importieren, damit wir das überall in unserer Anwendung nutzen können. Und in dem Moment können wir unsere Konsole hier unten zumachen, Module zumachen, die SAS zumachen und hier auch unsere TypeScript-Datei zumachen. Die brauchen wir alle nicht mehr, sondern wir nutzen nur noch unsere HTML-Datei. So, und unsere HTML-Datei braucht jetzt ein neues Attribut bzw. eine neue Art, weil das, wie wir es jetzt hier gemacht haben, so wollen wir das später nicht mehr machen. Wir wollen das jetzt anders machen und wir importieren uns dafür eine Komponente, die heißt CDK, Virtual Scroll Viewport. Und das ist sehr interessant, weil was das genau macht, was diese Komponente macht und was die Performance quasi erzeugt, weil ihr könntet das theoretisch auch selbst bauen, auch wenn ich nicht wüsste, warum, werde ich euch gleich erklären. Aber erstmal sollten wir jetzt unsere Liste, wenn ich das Ganze jetzt nämlich abspeichere, wieder erzeugen, dass unsere Liste auch wieder hier auftaucht. Natürlich wird jetzt unser Div-Container hier oben, der die Klasse List hat, ersetzt. Was heißt, wir geben jetzt unserer Liste hier die Klasse Liste, damit die die passenden CSS-Attribute bekommt. Außerdem erwartet die Virtual Scroll Viewport Component ein Attribut. Und zwar erwartet die Item Size. Und Item Size ist quasi die Höhe der einzelnen Elemente. Ich weiß, weil ich es vorher schon berechnet habe, eine unserer Spalten ist 61 Pixel groß. Das könntet ihr einfach manuell berechnen und festsetzen. Ihr könnt es aber auch dynamisch berechnen und hier dynamisch über eine Funktion eingeben. Das funktioniert genauso gut. Als nächstes kopiere ich mir quasi diese drei Zeilen, die wir hier drin schon haben, weil da verändert sich gar nicht so viel. Wir haben immer noch einen Div-Container mit Row. Wir haben hier immer noch die beiden Columns. Das Einzige, was sich verändert, wir haben keine ng4 mehr, sondern wir haben hier eine neue Funktion und zwar die cdk-virtual-for. Das hier drin sieht genauso aus. Das verändert sich gar nicht. Das bleibt identisch. Auch Index bleibt identisch. Wir haben nur, wenn wir hier drüber gehen, noch ein paar mehr Attribute. Wir haben nämlich auch zum Beispiel so etwas wie odd. Das heißt, wir können nicht nur sagen, wir haben den Index, sondern wir können auch hier sagen, let odd gleich odd. In dem Moment wird das hier zu true oder zu false, wenn eine oder wenn das aktuelle Element ungerade ist. In dem Fall können wir hier einfach sagen, class.odd wollen wir setzen, in dem Moment, wenn odd true wird. Und jetzt könnten wir das natürlich oder sollten wir das hier noch stylen und sagen hier zum Beispiel, wenn unsere Column die Klasse odd bekommt, und dann wollen wir zum Beispiel einfach, wir müssen hier natürlich auch Background Color vergeben. Das bringt ja sonst gar nichts. In dem Moment sehen wir hier, funktioniert wunderbar. Wir machen aber hier eine andere Farbe. Wir machen mal diese Farbe hier rein, ein bisschen heller, beziehungsweise das war dunkler, das war nicht so schön. Machen wir das mal einfach mit der Farbe hier so. Zack. So, jetzt haben wir hier unsere Odd Color drin. Das funktioniert natürlich auch mit Even. Aber prinzipiell, wenn ich jetzt hier scrolle, seht ihr, es funktioniert einmal der Haver-Effekt, funktioniert deutlich besser und effizienter und das Ganze berechnet sich auch besser und effizienter. Aber wo ist jetzt der Clou dahinter? Wenn wir hier mal in unseren Browser reingehen, F12 drücken und hier unsere wunderbare Ansicht bekommen, dann wählen wir hier nicht die Performance aus, weil wir wissen ja schon, dass es besser ist, sondern wir gehen hier auf Elements. Und in Elements gehe ich jetzt mal runter und sehe hier unser Component, unser Virtual Scroll und hier drin finden wir unsere ganzen Elemente. Aber Moment mal, das sind keine 30.000 Elemente, die ihr hier seht. Das sind deutlich weniger. Ich weiß noch nicht genau, wie viele, aber es sind deutlich weniger. Und grundsätzlich passiert nämlich Folgendes. Wenn wir hier mal reingehen, sehen wir hier oben, das ist das aktuell oberste Element. Das ist dieses hier. Wenn ich jetzt nach oben scrolle, seht ihr, dass neue Elemente vor unser Element gezeichnet werden. Was heißt, diese Liste erzeugt quasi permanent neue Elemente. Wenn wir nach unten scrollen, erzeugt es die neuen Elemente quasi hier unten. Und wenn wir nach oben scrollen, dann erzeugt es die neuen Elemente hier oben, sodass quasi nur die Elemente wirklich gezeichnet und zu sehen sind, die aktuell im Screen ja wirklich sichtbar sind. Manchmal, so es läuft ein bisschen so, dass die vor dem eigentlichen Screen gezeichnet werden, sodass es so aussieht, als wenn ja zum Beispiel auch hier das Element schon zu sehen ist, obwohl es eigentlich ja noch gar nicht richtig zu sehen ist. Aber prinzipiell zeichnet diese Komponente für uns nur die Elemente, die wir gerade wirklich sehen. Und obwohl hier 30.000 Daten drin liegen und 30.000 Elemente gezeichnet werden müssten, tut es das nicht. Und das ermöglicht dem Browser viel weniger Elemente zu animieren und zu rendern, was natürlich die Performance deutlich nach oben treibt. Was heißt, wenn ihr dieses Virtual Scroll Element überall verwendet, wo ihr ng4 in Angular verwendet, dann hilft eurer Performance das enorm. So, das war's schon wieder für diese Woche. Weil euch das Video gefallen hat, hinterlasst einen Daumen hoch oder einen Kommentar unter dem Video und erzählt doch mal, wie ihr die virtuellen Listen bei euch einsetzen werdet. Ansonsten, wenn ihr Fragen, Probleme oder sowas habt, ganz oben in der Videobeschreibung findet ihr die Edelmenge Social Media Links oder auch Affiliate Links zu Partner Seiten, wo ihr diesen Shell supporten könnt. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dann, viel Spaß und ciao. Bis dann, viel Spaß.